Der Tod des US-Amerikaner George Floyd im US-Bundesstaat Minnesota hat wohl jeden von uns betroffen gemacht. Der Tathergang scheint sehr eindeutig zu sein und ein entsprechendes abschließendes Urteil wird ein US-Gericht fällen. Aber wie verbohrt muss man eigentlich sein, um aus den wirklich problematischen Verhältnissen in den USA derartige Parallelen zur aktuellen Situation in Deutschland zu ziehen, frage ich Sie. Wer eben nicht nur als Tourist, Herr Minister, sondern auch beruflich viel in der Welt unterwegs war, kann natürlich weltweit Diskriminierungen aufgrund von Geschlecht, Religion und auch aufgrund von Hautfarben finden. Und zwar aufgrund aller Hautfarben. So werden in vielen muslimischen Ländern Christen verfolgt und Schwarze müssen in den USA seit Generationen um Gleichberechtigung und Gleichbehandlung kämpfen. Aber in Deutschland, auch in diesem Antrag, in dieser subtilen Art und Weise, wieder strukturelle Diskriminierung und institutionellen Rassismus, insbesondere bei der Polizei, daraus zu unterstellen, ist absolut abenteuerlich, wenn nicht gar unverschämt. Sie untergraben mit solchen Anträgen das Vertrauen in unsere Polizeibeamten und in den deutschen Rechtsstaaten zutiefst und in verantwortungslose Weise. Sie bestärken linksradikale Kräfte, neuerdings offenbar sogar die Party- und Eventszene in ihrem gestörten Verhältnis zum Staat und zu dessen Sicherheitsorganen und nehmen so eine Zunahme an Gewalt gegen Polizeibeamte billigend in Kauf. Selbst ihr Parteifreund Boris Palmer kommt zu dem Schluss, dass es zwar Rassismus bei der Polizei gäbe, dass das umgekehrte Problem aber das größere sei und dabei handelt es sich, ich zitiere wortgenau, junge Männer mit Migrationshintergrund, die sich von, Entschuldigung, Bullen nichts mehr sagen lassen wollen, weil sie sich angewöhnt haben, jede Forderung nach Dorm-Akzeptierung als rassistisch anzusehen und darin regelmäßig bestärkt werden. Sie sehen sich also im Recht, wenn sie gegen die Polizei vorgehen und das ist Kern des Problems, sagt ihr Parteikollege. Auffällig in ihrem Antrag ist dagegen, wie unkritisch sie sich mit den von ihnen verniedlichten Versammlungen gegen Rassismus befassen. Kein Wort über schwerste Straftaten der vorgeblichen Aktivisten. Schwere Körperverletzungen, Plünderungen, Sachbeschädigungen, Brandschätzungen, Übergriffe gegen friedliche Bürger, Übergriffe gegen Polizisten, All das kommt in ihrem Antrag nicht vor. Und so stellen sie sich ja auch vollkommen unkritisch hinter die Black Lives Matter Bewegung. Was die manifestierten Ziele der BLM Bewegung sind, haben wir recherchiert. Ich zitiere noch einmal. Die Vorherrschaft der Weißen ausrotten, Polizei und Gefängnisse abschaffen, radikale Neuausrichtung der Macht oder auch das System überwinden. Dass die Grünen diese Forderung so kritiklos und verständnisvoll gegenüberstehen, verwundert in Anbetracht ihrer Nähe zu teils linksradikalen Kreisen nicht. Während von ihnen nahestehende Aktivisten Denkmäler unter anderem von Bismarck oder Churchill zerstören und verunstalten, wird in Gelsenkirchen von der MLDP eine Lenin-Statue aufgestellt. Kein Aufschrei der angeblichen Demokraten. Wer war da, um sein Entsetzen auszudrücken? Nur die AfD. Wer wird als Nächster enthüllt? Josef Stalin, Fidel Castro oder Mao Zedong? Fassen wir zusammen. Sie schließen sich völlig unkritisch den Teilen der radikalen BLM-Bewegung an. Sie diffamieren unsere Polizeikräfte und sie wollen ihnen genehme Personen mit Arbeit versorgen. Als Höhepunkt wollen sie dann auch noch am Grundgesetz rumbasteln. Der Antidiskriminierungsarbeit erweisen sie damit einen Bärendienst. Wir lehnen Ihren Antrag ab. Vielen Dank, Frau Walger-Demäusch. Vielen Dank, Frau Walger-Demäusch.